ja und damit herzlich willkommen zu einem neuen video diesmal mit wuppertal in emergency 5 im multiplayer wir spielen mit unseren diskunden nico mit dem rettungsdienstler chris und manuel und ich teilen uns feuerwehr und die zahl so ein bisschen auf und dann schauen wir mal wie es klappt dann machen wir starten immer diese aufregung du bombe und verkehrsunfall und etwas anderes und bombe das ist eine bombe ich krieg nix doch gesagt deine leitstelle ist doof ich habe mir nochmal neu 1 ich krieg hier nämlich auch also hier rennt eine hast du jetzt seine einsätze ja hat der staat ja wunderbar funktioniert achten einsatz für an x 10 22 hlw 1 einsatz für an x 10 1 ja schon diebstahl das richtige von der polizei der stehen aber über mir kannst du den mit dem polizeimotorrad eventuell gerade fassen das ist direkt am bahnhof da kann ich nicht abtransportieren einfach ich bräuchte noch bomben entschärfung ist eigentlich auf dem weg denke ich zumindest hoffst du nein ich wollte eigentlich eine frage auf eine rtb zur absicherung zum terror er braucht nicht eigentlich haben wir das ganz gut unter kontrolle gekriegt und recht schnell auch da mein bmw ist auch am bahnhof da kannst du ihn reinschmeißen martin macht er gar nicht mehr aus und jetzt weißt du auch wie wir uns die polizei teilen sollen wir sperren hier mal ein bisschen großzügiger würde ich sagen ich hab mal zu bombe schon mal bereits aufgeschickt aber du hast zum zum verkehrsunfall kommen meine einsatzkräfte irgendwie ohne martin zu und so war sie auch so gewesen ist aber mit ausgewählt dann liegt es an dem stichwort was waren das stichwort auf ein sondersignal war dafür dafür interesse die tür ist aber direkt neben uns schon an der mail ja auch ich habe nichts hinschicken wir haben zwei hals beim verkehrsunfall ich kümmere mich mal um die tür ähm ich werde ich dir auch wieder ab wein nur die person ist aus dem fahrzeug gefreit verstanden notarzt kümmert sich drum und ein abschlepper zu verlor die bombe die bombe die bombe ja wird sich doch darum gekümmert zumindest entsteht der roboter fährt doch schon oder auch nicht jetzt hat sie wieder angehalten ich kann die bombe mit der drohne also mit dem roboter nicht auswählen ne dann mit dem bändchen das geht auch nicht ne dann haben wir gleich bombom sehr schön dann ja deswegen dann hehehehe einmal feuerwehr zur einsatzstelle ne du hast ja zwei komm kriegst du noch ein hlf dazu Achtung einsatz für 2 hlf 2 terror was möchten sie ich möchte bitte ein krankenhaus mit der symptomatik lungenriss zugewiesen verstanden danke meine feuerwehr ein hoppla ja vor allem du hast doch zwei fahrzeuge da geht gleich eine bombe hoch achso du bist ja schon mit zwei mit unterschritten ok wie schnell piept mittlerweile die bombe weil das höre ich nämlich tatsächlich nicht ähm wie am anfang noch ganz langsam ich denke ich kann den einsatz eigentlich abbrechen weil ich glaube das ist ein bisschen back probier mal bombe ist weg bombe wurde erfüllt aber wir haben noch ein feu feu waldbrand waldbrand interessant ist halt einsatz für 2 hlf 1 alex 10 1 alex 10 4 ladengeschäft überfallen einsatz für alex 10 3 ich habe manchmal einen abschlepper bestellt na aber wenn ihr den nicht bestellt warum sollte ich jetzt einen abschlepper bestellen ja 2 rtw 0 1 patient mit titel basisbruch was soll ich jetzt mit dem abschlepper machen ja den kessel kannst du bei dem waldbrand vielleicht den abelw nochmal kurz alarmieren ist alarmiert ist tatsächlich also nochmal weil ich kann den hier in der liste auswählen jaaa jetzt nochmal zurück jetzt rennt er weg kurz bevor ich da bin ok und den 0,5er ehlw kriegs den brauchst du ja auch ich bin dabei bin dabei so waldbrand wird erledigt ja bleibst du einfach so schön stehen das ist das beste was du machen kannst ihr beide rüstet euch auf ich habe beim ladengeschäft noch keine rettungsdienstmittel erhalten erwarte befehle sag doch das was alles klar ja so kennen wir unseren rettungsdienst rtw 1 hat frechwunsch erhalten endlich was braucht der andere war nur eine kopfverletzung oder was heißt nur laden diebstahl denkst du auch daran dass da noch ein rtw hin muss ja ja sehr gut wir sind von uns ja wenigstens einig ja so das funktioniert alles ja 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 lauf mal weg ne es hat geklingelt mach sie die matrix jetzt mal an nein macht er nicht ok ansonsten haben wir gerade nichts mehr in einsetzen nur noch den wald ne also eigentlich nur noch kleinkram das läuft doch aber ich finde es gut aber ich finde es gut dass für den ab elw erstes 3 wlf 1 alarmiert wurde und jetzt erstmal von der wache 3 zur wache 1 rüberfährt um den abrollbehälter abzuholen ja ja weil das wlf was da oben ist ist ja für den abrollcontainer mann ich weiß gar nicht ob man das auch hätte doch wenn du es manuell machst kannst du es glaube ich anders machen wie aber im leitstellenmodus kannst du glaube ich noch ein bestimmtes wlf zusätzlich alarmieren und dann ja das wlf 1 also nein ich meine wenn du jetzt mit dem leitstellenmodus zum beispiel halt das 1 wlf dingens und den abholbehälter elw ausgewählt hättest dann wäre glaube ich tatsächlich das 1 wlf dingens mit dem ab elw ja gut das müsste man jetzt ausprobieren so da bin ich wieder wunderbar magst du mir bitte beim ladengeschäft was überfallen wurde nanny erschicken ja und du musstest nicht die wohnung verlassen alles klar danke oh verkehrsunfall oh großer verkehrsunfall oi 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 hoppala ja ist denn schon verbrochen wo kommt der Reifen her der da einfach auf der straße liegt von irgendeinem auto ja aber die haben alle alle achtung einsatz ist relativ viel alarmiert worden wo man elw schon da der stelle ist dahin wo ich mal die sind stehen wurde egal ja absicherung sie ist auch machen können Vollsperrung, jetzt warte ich eigentlich nur mal auf den Haar. Pass auf, ich lösche das Fahrzeug, du fängst an die Leute rauszuschneiden. Na, kommst du an dem Fahrzeug vorbei? Schnellangriff, auch noch mit raus. Achtung, Einsatz für 2HLF 1, 28LF 10.1. Also, du willst mich doch verarschen. Schiffsbrand. Schiffsbrand. Okay. Da brauchen wir, glaube ich, mal GW Wasser, wa? Ja, und ich frag mich grad, wie ich da hinkommen soll mit den Fahrzeugen. Ja, das Problem hab ich auch noch. Haben da irgendwelche Hydranten unten, dass man sich eine andere Wasserversorgung aufbauen könnte? Das hab ich ja noch nie gehabt, das ist ja mal spektakulär. Ich muss ja meine Rettungskraft hier übelst weit wegstellen. Auch nie. Würde das gehen, wenn man das über den Steg macht? Ach nee, da kommst du ja auch nicht hin mit dem Fahrzeug. Das probier ich aus. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Das ist erledigt. Wer... Was gibt's? So, das probieren wir mit einem aus. Und den Zweiten, was mach ich mit dem? Achso, ich war müde. Ähm, du musst die Wasserrettung auf den Steg, die RTW ist dahinter. Ja, und das Feuer kommt, keine Ahnung. Ja, aber die Wasserrettung ist ja noch gar nicht da, oder? Doch. Die ist aber oben. Die muss auch mal komplett das Ufer weg drüber. Also da, wo ich jetzt eigentlich gerade hinfahre mit meinem... Ja, da muss die Wasserrettung hin. Wo ist denn jetzt der Verkehrsenfall da? Ja. Habt ihr das eigentlich gesehen? Daneben? Einfach ein Pool im Wasser. Nee, wo hast du das jetzt? Ach, da! Das ist cool. So, pass auf. Du musst ja noch auf Steg mit deinem anderen Fahrzeug da. GW, Wasserrettung, Kram. Wir müssen so schnell wie möglich alle Unfalloffer retten. So, überhaupt nicht versorgen. Wir müssen sonst an ihrer Verletzung sterben. Wo ist denn gesteckt? Genau. Da liegt auf der anderen Seite. Uff. Da. Gut dann. Ich hab echt keine Ahnung, wie wir das löschen sollen. Ich auch nicht. Ich probier jetzt einfach mal was. Einfach Schiff versenken, dann löscht es sich von alleine. Auch ne Idee. Ja, dass meine Idee funktioniert. Ne, im Bus sind noch mehr Leute drin. Ähm, Moment. Meine Idee funktioniert nicht. Der bräuchte einmal in Krankenhaus. Durchschubslunge. Zugewiesen. Danke. Du bist jetzt mit deinem ELW auf den Steg gefahren, ne? Hm? Du bist mit dem ELW. Äh. Das ist nicht mal. Hä? Was macht der hier? Das ist deiner. Hä? Der blockiert jetzt auch meine Einsatzkräfte. Hä? Wo will der hin? Den hab... Hä? Äh. Den hab ich gar nicht gesagt, dass der hier hin soll. Erzähl dich. Du stehst eh nur den Weg. Tschüss. Ich muss jetzt mal überlegen. Also die Wasserrettung bräuchten wir jetzt echt langsam relativ schnell. Ja, die sind ja schon da. So. Können wir übers Boot löschen? Nee, ne? Kein Problem. Aber gehen wir dabei. Wenn auch noch nicht. Ich glaube nicht. Nee, über das normale Motorboot nicht. Haben wir sowas wie ein Löschboot? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Warte. Ich hab eventuell die Idee. Löschflugzeug. Allerdings mal den AB ELW und den ELW 1.5. Vielleicht klappt's mit dem Löschflugzeug. Okay. Wäre jetzt tatsächlich auch kurz aufgeschmissen. Ja. Weil ich hab da unten ja auch kein Hydrant irgendwie. Alter. Wie viele Leute sind denn bitte in diesem Bus drin? Ich kann da immer noch rum schnippeln. Wo ist denn der Einsatz da? Ja, ich lass mein Fahrzeug schon mal wieder abrücken. Mein Typ schneidet grad den dritten Typ aus dem Bus raus. Was? Da ist noch einer drinne. Ne, jetzt. Jetzt. Jetzt war's das. Jetzt war's das. Jetzt war's das. Schiffsbahn. Kann ich nicht mehr anfangen zu schneiden. Schiffsbahn. Ähm. Lipp de lipp de. Ähm. Wir brauchen noch zwei. Ach die RTWs müssen auch zum Steg hin beim Schiffsbrand ne? Hier unten ist ein Waldbrand. Was? Warte. Hier ungefähr. Jawohl. Ich probier jetzt mit Feuerlöschern das Feuer zu löschen. Welches Feuer? Den Schiffsbrand. Hä? Soll das funktionieren? Na ja, meine Leute haben sich mit nem Feuerlöscher ausgerüstet. Und gehen jetzt runter. Weil durch, durch, durch Dings kommst du ja runter. Ach du Scheiße, haben wir ja auch da nochmal verletzte. Am Waldbrand. Echt? Ja, tot Sache. Ja. Ja, du musst auch zum Steg mit zwei Rettungswagen ne? Irgendwie ist das gerade wieder alles hier verpackt. Mal gucken, funktioniert das? Nein. Also Schiff ist nicht möglich zu löschen. Wenn du willst, kannst du übrigens noch das Tele von der 3 zum Waldbrand alarmieren. Das war nämlich noch im Status 4. Das hier ist wieder auf dem Weg zurück zur Wache. Äh, das seh ich hier gar nicht. Hey, wie der Schiff ist von uns abgeschlossen. Hä? Hä? Die Verletzten sind nicht mehr dort. Hä? Gut. Ja. Was abgeschlossen ist? Ist abgeschlossen. Ja, ich bin da jetzt nicht traurig drum. Der RTW bräuchte bitte eine Krankenhauseinweisung. 31 RTW 11. Kein Problem. Ich versuche als erstes beim Waldbrand die Verletzten, ähm, zu retten, ne? Ja, mach das. Ist in Arbeit. Hallo, Nico? Ach, ich war mute aus Versehen. Ja. Einweisung erfolgt, ähm, wir haben eine Rauchgasvergiftung. Die Person ist aber laut Bio infiziert. I-RTW ist aber bereits zur Rettung. Ne, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Ich kann den auch woanders hinschicken, ist nicht schlimm. Alles gut. Dann schick den mal weg. Oder schick den einfach einmal weg, dann Alarmier, ich stehe den neu. Dann weißt du wo. Ne, alles gut, brauchst du nicht. Achtung, Einsatz 4, Alex 10, 6. So. Rauchgasvergiftung und Alex? Das ist nur, das ist ein komisches Einsatz. Ich hab da nur, ähm, Polizeien geschickt, damit da keiner reinrennt mehr. Okay. Und der Einsatz, weil mir nicht rot ist. Okay. Weil der I-RTW ist ja schon auf dem Weg. Okay. Meine Güter. Möchte ich nicht sagen, ne? Aber das ist ein ekelhafter Brand. Mh, ich merk das schon, das wird hier richtig lustig gerade. Und wie? Jawohl. Oh, hier läuft gerade alles drunter und überall. Ich könnte gerade... Entschuldigung für die Wortwahl kotzen. Geht doch eigentlich. Ich fang mal an, die Leute zu retten. Hast du die... Magst du einmal genau die Person aus dem Gefahrenbereich holen? Ja. Dann kannst du sie einmal zu mir in den Bt-Kombi bringen. Ähm. Okay. Rauchgasvergiftung. Ja, aber der Poli ist jetzt auch da. Ja. Ja, komm Anna, steig ein. Ja. 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 Das hab ich vorher nicht gesehen. Das hab ich vorher nicht gesehen. So ist zugewiesen. So. Ja, perfekt. Okay. Alter, das geht hier nicht gut lange mehr mit dem Waldbrand. Wie sieht's mit Löschflugzeug aus? Ist angefordert von mir. Also ich hab's alarmiert, alles. Bloß ein weiterer Kräft. Äh, ich hab noch keinen Zugriff über den... Ah, der hat... Irgendwie, ja. Er ist wieder ausgegraut. Dann war der wieder... Und tschüss. Jawohl. Erwarte Befehle. Rausgeflogen? Jo, aber komplett. Schade. Immer wenn's interessant wird, weißt du? Mhm. Ja. Aber wenn's spannend wird. Gut. Ähm. An unsere Zuschauer dann, die das Video jetzt ja irgendwann dann mal sehen. Ähm. Das war's dann leider. Weil... Irgendwie kriegt Wuppertal das nicht hin. Bisher, dass das alles stabil so richtig läuft. Ähm. Und vielleicht mit der nächsten Version. Vielleicht mit der nächsten Version. Äh. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schönen Abend. Schönen Tag. Frohe Weihnachten. Und... Bis denn. Tschüss. 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 Tschüss.